Wer hat hier einen Führerschein? Ha? Auf die Seite! Hast du einen Führerschein? Nein! Okay, dann kannst du ein bisschen auf die Seite gehen. Alex! Kannst du her? Okay, dann kannst du den Führerschein machen. Okay, das passt. Hast du einen Führerschein? Hallo, aber ich fahre mit meinem Auto. Hast du einen Schlüssel? Ja! Und ihr fragt sich sicher auch, ob ich einen Schlüssel habe. Ja, das habe ich, um dieses Auto hier zu fahren. So, 100 Prozent. Richtig. Licht an, Licht zu. Also, jetzt ist es an. Nein, so. So ist es an. Und hier sind die Lichter. Hm. Wie findet sie es? Super. Dann schreibt sie in die Kommentare. Und das macht sehr viel Spaß. Ja, geht. Ja, kämpft. Das war Kupplung. Stopp, stopp, stopp. Ja, stopp. Ja, bleib, ja. Okay, passt. Dann, dann. So, dann. Aber auf, auf. Okay. Auch wenn da jemand vorsieht, der muss uns nehmen. Vielleicht. Und dann warten. Aber nur, wenn es nötig ist, so. Ja. Oh ja, zu. Nein, wir machen Wettrennen. Oh, schneller! Hi, Leute. Ich bin Alex und... Paare. Ja, ich finde es hier sehr cool mit dem... Bike. Ja, keine Ahnung. Zu fahren. Es ist sehr schnell. Und ja. Ich mag damit das zu fahren. Ich mag es damit zu fahren. Weil es auch schnell ist. Geil. Und? Bereit? Na. Ja. Passt! Nach hinten! Ja, hier sind wir mit dem Martin. Jetzt fahren wir wieder. Und? Gell! Sehen wir das? Und? Es macht viel Spaß. Nicht vergessen. Abonnieren. Und liken. Ah, die Verkupplung! Ja, die Verkupplung! Ja! Super! Ja, die Verkupplung! Hallo! Ja! Ja, die Verkupplung! Ja, die Verkupplung! Ja, die Verkupplung! Ja, die Verkupplung! Hi! Krieg ich! Hallo! Und ich fand es sehr toll! Wir machen jetzt eine Pause mit den Autos. Ja und hier werden wir jetzt fahren am Wettbewerb und es macht viel Spaß. Und nicht vergessen abonnieren und liken. Hier, komm an! Alex, wenn wir zurückfallen, machen wir Wettbewerb. Aber Alex, du machst die ganze Piep Piep. Und eigentlich hat er gesagt, Piep machen ist verboten. Nur machen, wenn es nötig ist. Und eigentlich ist es nie nötig. Oder wenn 100 Menschen im Weg sind zu 50, oder? Nervat! Nervat! Laura! Stop, Laura! Hallo, Bro! Ja! Darf ich einmal probieren? Einmal, ich bin jetzt bei euch. Darf ich? Na hier denn hier? Also hier? Na hier denn hier? mit unseren Autos die Fahrrad hier und ja es ist cool okay ja 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 Aaaaaaaaah Geht's dir? das ist unabsichtlich aaaaaaah aaaaaaaah aaaaaaah aaaaaaaaaaah aaaaaaah aaaaaaah da ist unabsichtlich komm schon aaaaaaaaah jaaaaaaah Ich wäre da hingegen aaaaaaaaaah Loraus, stopp! Antonia, stopp! Wooh! Es macht Spaß! Hey! Hey! Hallo! Bien! Hey! 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 Heute ist der Tag, wo wir ausgefahren werden. Und der coole Tag, wo es viel Spaß macht mit dir. Nicht vergessen abonnieren. Oh, Papa! Und... Ja! Oh, Loraus überholt! Hey! Hey! Loraus, stopp! Ja! Hattest du kein Gas mehr? Nee, Fahri! Nach hinten! Dona, stopp! Warte! Komm! Ha! Hier bin ich! Und ich fahre! Hattest du Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute.